Hallo, ich bin Julia. Ich komme aus Deutschland. Ich habe Milanoklinik in den sozialen Medien gefunden. Ich finde das eine ganz tolle Klinik. Seit drei Tagen bin ich in der Türkei. Mir geht es ganz gut nach dem OP. Die Krankenschwestern sind auch ganz gut, ganz nett. Ich empfehle für alle die Milanoklinik. Kommt zur Milanoklinik!